Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy und wir sind hier ja gerade runtergeplumpst, nachdem wir gegen den Yeti gekämmt haben und ja wir sind hier einfach mal eiskalt runtergeplumpst, nachdem der Yeti den Boden zertrümmert hat. Ja, wir sind hier. Hm, er ist so geil, ich mag ihn. Oren ist einfach nur cool. Äh, was macht sie jetzt? Ja, sind wir. Das kann sein, schauen wir mal was hier so kommt, da die sind alle irgendwie verteilt. Das kann sein, was macht sie gut. Hey, Waka, würdest du dich auf? Wir haben nur getan, was wir tun müssen. Es geht nicht. Siehst du nicht? Ich habe immer den Weg von Yevon. Aber jetzt bin ich ein Traitor. Wie kann das passieren? Hätten wir das auch geklärt? Ja. Ich bin sicher, dass Yuni gut ist. Sie ist gut. Sie fühlen gut und alles. Wie sind Lulu und Waka? Hm, Waka ist in shock. Ich kann sie auch nicht schocken. Und Lulu? Sie ist einfach das gleiche wie immer. Sie sind so zusammen. Ich bin so großartig, ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Außer, dass sie die Brüste nicht bekommt. Haha. Also, Kamari. Wie können wir hier rauskommen? Hey, nicht das Thema. Wir sind klein. Kamari auch. Nur die, die versuchen, werden wir kommen. Hä? Ich denke, er bedeutet, du musst hart arbeiten. Wenn du bist wie Lulu. Oh, ich werde. Kamari denkt, Riku sollte Riku bleiben. Huh? Hey! Du sagst, dass ich nie immer wie Lulu sein werde? Kamari! Hahaha. Wie kannst du lachen bei einem Zeitpunkt wie das? Juna? Sie wacht auf. Schwarzes Bild. Ich wollte mich über den Meister Seymour über seinen Vater, Herr Giskol. Ich wollte ihn überlegen, dass er sich in die Verkaufung von Yevon ist. In der Verkaufung für die Verkaufung? Ja. Wenn das ist, was er gab. Also, was hat Seymour gesagt? Nein. Er hat nichts gesagt. Jetzt... Jetzt... Jetzt glaube ich nicht, dass es wert ist. Ich sollte dir sagen, was ich werde machen. Enough. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Du musst es sagen, wie das. Du musst es auf die Zeit hören, zu ihren Erkrankungen hören. Du musst es sagen, wie das. Du musst es sagen, wie das. Du musst es sagen, wie das. Unsere Bekaufung ist die Pilgrinung von Yuna. Du bist bereit, zu gehen? Ja. Aber dann... Du denkst, dass Yevon es ermöglicht? Die Verkaufung sind diejenigen, die Macht zu den Summonen. Nicht die Tempel, oder die Sprache. Wenn die Tempel versuchen, uns zu verhindern, dann werden wir uns gegen Yevon, wenn wir müssen. Woah! Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast! Herr Oren? Ich bin. Was wird getan? Es ist nicht so, wie ich mich nie lief, Herr Seymour, ja? Nein. Ich werde ihn nicht ververgültet, was zu Bord Jisco zu töten. Und um uns zu versuchen, zu tun, zu tun, du? Aber trotzdem. Die ganze Zeit, die wir gegen Yevon gehen? Nein. Aber trotzdem. Wir haben uns vergründet. Wir müssen und müssen unsere Verpflichtung bewegen. Wir müssen nach Bevelle gehen. Wir müssen mit Meister Micah sprechen und erklären, was passiert. Ich denke, es gibt keine andere Art. Ich verstehe. Herr Oren? So wird es entschieden. Will du mit uns kommen? Ich bin der Troublemaker, nachher. Ja, das stimmt. Du kannst immer an Aron um zu komplizieren. Ja. Kimmari riecht und Aron fliegt, und... Ich habe nie gefragt, dass du mich folgen hast. Hey, aber das ist das, was Freunde sind. Genau? Ja. Danke. Huh? Freunde, oder? Ja. 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 Dann wollen wir mal. Nochmal alle anlabern? Mir geht's top. Dann müsste das der Shiva sein, die da singt. Das können wir nur hoffen. Das werden wir wahrscheinlich gleich sehen, aber erstmal nehmen wir die Truje mit, die man so gar nicht gesehen hätte. Sphäropass Level 2, das ist gut. Das ist sehr gut, ein Sphäropass Level 2 zu finden. Ja, über und über. Kann ich mir so gar nicht vorstellen, wie das Männer singen sollen. Ja. Ja. Kann ich ein bisschen privacität? Ihr singt mich an Spira. das klang für mich eher als wenn hattest du heimweh und nicht als ob er angst was i thought so that proved it sin was the link between zanarkand and spira Das bedeutet, wenn wir Sin töten, werde ich nie wieder nach Hause gehen. Tempo-Jäger. Aber die ist schlechter als das, was wir da gerade haben. Aber ich will wissen, was dieser Rächer drauf hat. Konter. Ich weiß, dass Konter nice ist, aber unsere Waffe ist auch richtig heftig. Nee, ich behalte es dabei erst mal. So, gucken wir jetzt erst mal, wie es weitergeht. Oh mein Gott, das ist Sin. Holy shit, Alter, wo kommt der denn auf einmal her? Der erste Mal, ich konnte es endlich glauben. Die Song, du hörst auch. Was ist es diese Zeit? Zanarkind Ah, du bist auch homesick? Das ist nicht mehr dein Leben. Du bist jetzt Sinnen. Hey, ich bin jetzt älter, du wissen? Ich weiß. Du willst das Ende? Und jetzt? Was ist hier los? Oh, das sieht aber gut aus. Das sieht entspannt aus. Wo sind wir denn hier noch einmal gelandet? Das sieht aber nach gutem Wetter aus. Sieht nach Wüste aus. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir safen hier an der Stelle und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Oh, wo bin ich? Ja. Ich würde sagen, das ziehen wir uns noch mal kurz rein. Ja. Hier an der Stelle pausieren wir jetzt. Und in der nächsten Folge geht es dann genau hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Okay. So.